Schwarz und Grau Häschen? Ich geb dieses Level auf Höllen Level Na gut, es ging jetzt Es war schon knifflig, aber Oh, es ist noch 90 Stempel gefunden Da hält's noch wieder eine neue Stempel Alle Triggerstecker sind umsonst für begrenzte Zeit Panda-Yoshi Den nehme ich Karaboo Karaboo Monties Eisfestung Wer war nochmal? Monty Wer war nochmal? Monty Wer war nochmal Monty, verdammt Monty´s Eisfestung, Boss Ich weiß nicht, wo ist das Monty? Panda, Yoshi! Ist das Monty? Ja, das war ja klar. Ja, sowas von klar hier geblieben. Oh! Wow! Oh! Ähm, okay. Okay. Zu Glück wurde ich nicht eingequetscht. Und hoch bitte. Einmal bitte nach oben. Danke. Die drei will ich noch. Huch! Oh Mann! Wenn das Monty ist, dann will ich durch. Gut. Äh, es rutscht hier noch. Ganz schön. So. Wow! Nein! Oh! Zufall! Mist! Gab's hier irgendwo... ...so ein Ei... ...Spende-Ding? So, du bleibst hier in meinem Mund. Na, komm! Nein, 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 nein! Na, immerhin! Hat er es überlebt. So. Nein, 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 nein! Hat er es überlebt. So. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Seit wann habe ich denn verlernt zu... äh, zu zielen? Boah! Eier-Spende-Dings-Mums, sei hier! Das ist das Schlimmste, wenn du eine Wodka hast. Aber keine Eier. Äh, Wollknäuel. Warte! Idee! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Ach, Menno! Hoch, 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 hoch! Jetzt sollte alles resettet sein. Den habe ich erwischt. Mann! Das wollte ich. Toll! Hat sich ja richtig gelohnt! Mann! Hey, das gibt's doch nicht! Und da vorne ist dieses Ei-Spenden... Und seit wann zum Teufel können Pinguine fliegen, bitte? Ja, schmackt das! 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 Nein! 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 Was? Nein! Nein! Nain! Nein! Kein Extra, kein Bonus, kein Garnis dafür, dass ich das jetzt geschafft habe. Dann will ich aber wenigstens noch schauen, was hier oben ist. Wenn hier oben was ist. Sogar einen Sprung überstehen die. Aus was sind diese Pinguine gemacht? Stahlwolle? Verstehst du, weil die Anus wollte? Ja, ich bin ja schon ruhig. Hashtag fordauert. Nee, 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 Freunde, so nicht. Ich bin ja schon ruhig. 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 Oh man, gleich wenn da oben ist muss ich hin, NEIN! Für dich ist das sehr gut, das ist das Schlef. Ja, danke sehr. So. Ja. Zerquäsch mich doch bloß nicht wieder. Sorry. Huch. Mann, wie soll denn das gehen? Nein, das ist zu viel. Zu viel. Was auch immer. Komm ich da hoch? Wow, Alter. Nee. Nein. Ja. Haha. Meine Nase angequetscht, aber egal. Nein. Schön zu wissen, dass die einem auch nichts tun. das einzige was die machen ist dich gnadenlos von der plattform stoßen so jetzt was ich war schlittschuh wie du noch nie in deinem leben schlittschuh gefahren ist oh man gibt es doch nicht hier blieben hier gehört mir Genau, der bleibt einfach mal dort kleben Oh Mann Oh je, danke fürs Hochstoßen Danke fürs Sprungbrett bieten Danke fürs Helfen Nein Darf ich einer von euch mal kurz missbrauchen Schnauzefresser und Tschüss Nein, 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 nein Nein, nein, nein Ja Wo kommt hier denn alle, hier? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Alter? Wow, wow, wow Na gut, immerhin habe ich das eingesammelt Ja, kommt hier, ich brauche noch ein paar Eier Gut, volles Leben Aber Leider fehlt mir eine Blume Das schafft man schon Irgendwann werden wir auf Blumenjagd gehen Was zur Hölle? Ach, nö Du wieder Wie soll das auch anders sein? Aber ich werde mein Mütchen an dir kühlen Was? Mein Mütchen an dir kühlen Ich meinte sie da mit Gemüt Äh Achso Komm wieder runter Aber der hat was seine eigene Leute, der Depp So So Oh, los Hey, es macht er selber Da neben, da neben Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, man Haben wir das auch geschafft Fast 1,6 Millionen Diamanten Hi Hi Boss Recycling Das ist eigentlich eine gute Idee Du hast einen neuen Trickernstecker erhalten Dass ich die ganze Zeit nur Feuer spucken kann Eis, Yoshi Nee, ich bleib beim Panda Das kann man ja nicht hier schauen Das kann man sondern erst hier schauen Was? Feuermelonen bis zum Abwinken Alles klar Ja, cool Wattellawine Watt? Was ist eine Wattellawine? Wattellawine? Wattellawine Ich glaube ich werde es jetzt gleich sehen Wenn man drauf rumwattelt Dann löst man eine Wattellawine aus Bis ich ein Zungenbrecher Wenn man drauf rumwattelt Löst man eine Wattellawine aus Jetzt ging es Ich dachte, da kann man runter Bis ich dieses Fragezeichen links gesehen habe Nein, nein, nein So Wow, danke Ja Top Gib her So Das hat mir auch schon lange nicht mehr Schon lange nicht mehr Und Postwenden zurück an den Absender Wow Mann, nein Umso besser Sonst hätte ich den nicht erreichen können Das hat mir auch schon lange nicht mehr k